Ist das Unges letztes Statement zu den Vorwürfen? Er gibt offen und ehrlich zu, rassistische Jokes gemacht zu haben und entschuldigt sich aber, weil er sagt selbst offen und ehrlich, er hat einen miesen, sag ich mal, Humor, den er manchmal gar nicht zu händeln weiß und hätte er gewusst, dass sie das nicht gut findet, hätte er diesen Humor nicht einfach so weitergeführt. Und was die Katze betrifft, war diese schon im Vornherein panisch, denn sie hatte schlechte Erfahrungen mit dem vorherigen Freund der Mutter. Dieser kam immer wieder alkoholisiert nach Hause und quälte die Katze wirklich und hatte auch Gewalt an ihr angewendet. Er jedoch dementiert, je eine Katze geschlagen oder gequält zu haben. Was er jedoch getan hat, gibt er zu, ist bei Streits, wo es völlig eskaliert hat, die Katze vor die Tür gesetzt zu haben, um sie von dem ganzen Streit zu schützen. Er dementiert zudem, keine körperliche Gewalt an Rachel angewendet zu haben. Was er dennoch zugibt, ist, dass beide eine toxische Beziehung geführt haben und diese aber von beiden Seiten, sage ich mal, einhergingen. Es war eine emotionale Abhängigkeit und die Beziehung hatte viele Schattenseiten mit emotionaler und psychischer Gewalt. Er gibt zudem offen und ehrlich zu, 10 Jahre Influenza-Dasein hat etwas mit ihm gemacht. Was das so genau ist, konnte er in den letzten Jahren in der Therapie herausfinden, als er mit Rachel, sage ich mal, auseinanderging. Die ging aber nicht so lange, wie er es wollte. Deswegen möchte er diese fortsetzen und sich auch aus der Öffentlichkeit mehr und mehr rausziehen. Denn es hat nicht nur Gutes bei ihm, sage ich mal, hervorgeholt, sondern auch schlechte Seiten und diese möchte er sozusagen bearbeiten. Vielen Dank.